Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video machen wir die Quest bei der Kürbis Lady. Ich liebe die neuen Halloween Quests. Wie findet ihr denn die neuen Quests? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Viel Spaß beim Ansehen. He he he, Happy Halloween. Hey, du siehst aus wie eine tapfere junge Frau. Könnte ich wohl einen Augenblick um deine Aufmerksamkeit bitten? Ich hatte drei Pferde bei mir, als ich hier ankam, aber anscheinend sind sie alle davongelaufen, die frechen Dinger. Vielleicht kannst du mir helfen, sie zu finden? Ich gebe dir drei Dosen meines mystischen Pulvers, das du auf die Pferde sprengeln musst, wenn du sie findest. Sobald du meine Pferde damit besprenkelt hast, wissen sie, dass sie zu mir zurückkehren müssen. Dieses Pulver hat vielleicht auch ein paar andere Effekte. Macht dir deswegen aber keine Sorgen, junge Dame. He he he. Nein, ich bleibe ich hier hin. Oh wie schön, Peppa zu mir vom Outfit. Wie schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wünsche euch viel Spaß mit der Quest und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!